Musik 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 Und Abschluss von Aubamell Tor! 28 Sekunden sind gespielt, 1 zu 0 Musik 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 31. Saisontreffer Musik 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 42 Sekunden sind gespielt. Dann Laufquist. So, das ist der Anschlusstreffer. 1 zu 2 aus Sicht der SEAC Biel. In der 19. Spielminute hier. Gunti, Lampier. Hier der Deutscher Tor. 3 zu 1. 14. Powerplay Treffer. Jecker, der ihn noch gestört hat. Johnston Strafe gegen Biel. Vorbei, aber das Tor fällt. Luca Gunti, 4 zu 1. Und Pertaccia. Noch ein Lauf. Die Möglichkeit die letzten Sekunden. Im zweiten, dritten Tor. 5 zu 1. Peng und ein weiterer Schlag. Daneben kam dieser Shorthander von Sebastian Reu, der alles auf den Kopf gestellt hat. Pertaccia kann sein drittes Tor machen und das tut er auch. 6 zu 1. Dann wird der 3. Und er bezwingt Merz Likinz. Dann noch ein zweites Mal spricht das zweite Gegentor für Merz Likinz. Der SEAC Biel, Philipp Wetzel mit dem 6 zu 2.